hallo liebe freunde ich begrüße euch zu einem neuen video ja wir kennen das alle und zwar das schwiegermutter jetzt nicht unbedingt den besten ruf haben und die gerne vielleicht auch mal hier abgeschafft werden ich habe jetzt hier ein exemplar gefunden das liegt dann hier so quasi ja ich möchte jetzt sagen verpackt aber also da nicht nur die schwiegermutter ja in diesem sinne haben wir wieder was gelernt ich wünsche euch was bis zu einem meiner nächsten videos macht's gut euer sven